Christine K. Eber, 33, fühlt sich wieder wohl in ihrer Haut. Ende Juli sind die Influencerinnen und ihr Partner Lins zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach ihrer Tochter Nia durften sie sich über einen Sohn freuen, der auf den Namen Lev hört. Seit der Geburt gewährt die Web-Bekanntheit immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag als frischgebackene Zweifach-Mama. Jetzt zeigte Christine einmal mehr ihren After-Baby-Body im Netz, und verriet dabei, dass sich ihr Körper viel schneller zurückbildet als nach ihrer ersten Schwangerschaft. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Schwester von Liska Eber, 30, nun mit einem Update-Wort. Mein Körper scheint in einer aktiven Rückbildung zu sein, berichtete die 33-Jährige glücklich und fügte hinzu, Ich fühle mich auch auf Anhieb so viel wohler. Nach ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2020 sei das jedoch ganz anders gewesen. Nach Nias Geburt hatte es länger gedauert, bis ich in dem Wohlfühlfaktor war wie jetzt. Während Nias Schwangerschaft hatte ich aber auch fast 30 Kilo zugenommen, bei Lev waren es 19 Kilo. Mit ihrem After-Baby-Body wolle sich die Beauty nach der Entbindung jedenfalls keinen Stress machen. Nehmt euch da bloß kein Vorbild an den sozialen Medien. Normal sind diese durch trainiert wirkenden Körper nach zwei bis drei Wochen nicht, appellierte Christine vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story an ihre Fangemeinde. Ön Vielen Dank.